Hallo ihr Lieben! Vor zwei Tagen habe ich ein Video gemacht, in dem ich euch erklären wollte, was ich von den Fotolinsen in der aktuellen Yps halte. Naja, vorsichtig ausgedrückt könnte man behaupten, das hat nicht jeder verstanden. Der Selbstkritiker in mir würde sagen, das Video war einfach kacke. Und deshalb habe ich jetzt ein zweites Video gemacht, zusammen mit meiner Assistentin Sarah, in dem wir euch etwas ausführlicher darlegen wollen, was wir von den Fotolinsen halten, die man im aktuellen Yps findet und ob ihr euch die kaufen solltet, wenn ihr Spaß an guten Fotos habt. 2. Da ist Teil Langstechnisch, 2. 2. 2. 1.